Unser Haustierchen ist das Sevastopol-Manskotchen. Oh je, ich will das als Haustier, äh, als Kuscheltier. Ich fand's bestimmt super gut, Kuscheltier. Ich hasse es, wenn die Punkte plötzlich weg sind. Oh, das ist laut. Das ist sehr laut, das ist sehr nah. Es läuft rum. Da hat's kurz aufgeblinkt, irgendwo vor uns. Ich schraub mich hier nicht raus. Wo muss ich denn eigentlich? Ich muss runter, einfach da links. Da ist es. Irgendwo da. Es ist gut, dass man das so gut sehen kann, wo ich Ihnen zeige. Ist es hinter mir? Was ist das? Alter. Hinter dir blinkt auf jeden Fall was. Über mir. Es ist über mir. Da. Alles. Immer noch. Wieder zwei? Oder ist das was anderes da hinten? Das bewegt sich zu schnell. Jetzt kommt's näher. Ah, das ist der Affe. Ach du Scheiße. Sag ich doch was anderes. Aber da hinten, da war doch gerade wer über dir. Ja, das war das Alien. Ja. Und ich denke, ja, mit der blöde Jahren da sei das Alien. Das darf ich trotzdem nicht raus, oder? Obwohl der ist hinter einer Wand. Der kann ja doch nichts tun, oder? Ich glaube auch nicht, dass er sich überdreht. Geht er denn auch wieder weg? Oder der steht da und guckt so, oder? Mhm. Jetzt geht er weg. So, warte mal. Wenn er das ist, ist das. Hinter mir ist das da. Das ist auch ein größerer Punkt, ne? Wenn man's mal so sieht. Nee, ich glaube das kommt von der Nähe. Das ist aber auch nicht das Alien. Ich seh aber vor mir nix. Doch, das ist es. Ist das über dir, ne? Ja. Genau, über uns. Ach, hey. Direkt über uns. Genau, über uns. Aber es kann uns hier nicht rausholen. Zumindest nicht von oben. Wenn es nicht mehr piept, weh ich. Jetzt müsste es. Das scheiß Vieh. Nervt. Also sieh mal rechts. Muss ja irgendwie raus, ne? Ja. Ich hör's ja, wenn mal eins rauskommt, rumpelt's. Die Hölle. Hm. Ich trau mich hier nicht, das ist ein Schlacht. Hinter mir. Wo war hinter mir? Jetzt ist es weg. Muss ich hier? Ja. Ach, hier waren wir. Weißt du noch? Beim ersten Aufnahmeversuch haben wir hier gestoppt. Echt? Ja. Wo weißt du das? Weil ich mir die Stelle gemerkt habe. Weil ich mich dann im Schrank versteckt habe. Stimmt. Damit du weiterspielen könntest. Aber jetzt mach ich mal weiter. Mach noch ein Stückchen, dann können wir aufhören. Ich würd sagen bis zum nächsten Speicherpunkt. Ach ja. Ist ja nicht weit. Bis jetzt ist es ja noch in... Wie sagt man? Was denn? Oh. Waren das nicht die, die nix machen? Ach, hier waren wir sogar. Die machen mir nix, oder? Da waren die netten Androiden, oder? Sicher. Ich dachte, die sind gar nicht mehr nett. Die haben ja am Anfang nix gemacht. Ich glaub, die sind jetzt alle... Das sind zwei Punkte und ich seh nur einen Typen. Ich glaube... Das heißt, der Zweite... Der... Ist von der Lüftungsschacht. Der hat rote Augen, der ist böse. Rote Augen, gleich böse. Wie komm ich jetzt an die... Blödie an vorbei? Ach, da war der Schulterpunkt. Wo? Auf dem Ding. Ja, der Zweite. Das kann ich. Das ist über uns. Mhm. Hier! Das ist hier! Ist die Schacht, wo es runterkommen kann? Mhm. Doch, genau vor uns. Oh Gott. Ach, es läuft doch... Es läuft doch nicht so. Ja, es ist genau über uns. Ich hör's doch. Warum geht ne Tür auf? Wo geht ne Tür auf vor allem? Wo geht ne Tür auf? Wo geht ne Tür auf? Wo geht ne Tür auf? Oh Mann. Was ist hier hinter uns? Was ist so weg? Arschgeil. Ich geh jetzt durch den Raum. Ich geh jetzt durch den Raum. Geradeaus. Was? Auch Karnat. Rauch Karnat? Hm. Da war was. Da müsste aber er sein. Ich glaub ja. Aber ich glaub der sieht mich, wenn ich jetzt da zu weit nach vorne gehe. Ich könnte ja das Alien mal heranlocken, hab ich ja können. Kann man auch sein lassen. Was? Es könnte mir wenigstens den Affen da vom Hals schaffen. Was ist der auch Androiden oder was? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß, dass es Menschen angreift, wenn man's geschickt anstellt. Ja, der sieht mich. Yay! Da ist er schon. Puh. Oh 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 oh. Hat er mich gesehen? Ich glaub nicht, aber... Wie läuft jetzt hier her? Ja also. Rechts? Hm. Wo muss ich hin? Kommt wahrscheinlich gerade aus, ne? Nee, ich kann nicht. Gut. Ich kann hier hin. Ah, die sind aufgebaut. Was? An mich? Ja genau! Wer ist das? Oh der guckt. Der guckt so blöd. Wenn ich nicht gucke... ...findet der mich nicht. Sicher. Hat der mich an? Nee. Der wird dich schon besuchen, wenn er das sehen würde, glaub ich. Ja, der kommt auch. Ja! Ich glaub der ist trotzdem... Nee, der ist einfach runtergekommen. Oh, muss ich doch durch den Raum. Und das Alien brennt hier auch rum. Oh shit. Ich hör's die ganze Zeit. Ich hab jetzt keine Zeit den Computer da vorne zu lesen. Ich will hier weg. Hab du gehört? Weg. Nein! Ich hab den Sommer nicht gesehen. Ich hab auch keinen Sommer gesehen. Wieso? Ich hab da nichts gesehen. Jedes Mal guck ich. Und wenn's wirklich mal da ist, seh ich's nicht. Ich hab's aber auch nicht gesehen. Arschgeirge. Jetzt sind wir wieder nach meinem Fahrstuhl. Das ist ein Mist. Das ist ein ganz großer Mist. Ach, wie hier sind die? Wie das aus dem Aufzug... Ach, Aufzug. Aus dem Hüftungsschacht kam. Boah, ich bin voll erschrocken gerade. Ich glaub, der darf wohl echt nicht... ...in die hell auslaufen, aber... ...geht ja nicht anders. Ich hab das nicht gesehen. Wahrscheinlich habt's gesammelt. Ich hab's aber nicht gesehen. Du warst aber nicht am Sprinten, oder? Mhm. Weil da stand ja Sprinten... ...mach Geräusche... ...blablabla. Geradeaus und dann links. Ich geh jetzt direkt da durch und hoffe, dass es gar nicht erst kommt. Das ist auch ein Schacht. Was? Ach, da ist noch wer. Der hat mich gesehen. Shit. Wieso waren wir schon mal? Mhm. Ich hätte jetzt erst mal das letzte Minispiel erst mal machen müssen. Wo komm ich denn eigentlich... Toll! Wo lang ich jetzt bin? Was hab ich... Wo muss ich denn lang? Aber ich bin ursprünglich doch hier rausgekommen. Und dann muss ich doch hier. Oder nicht? Und jetzt hab ich's für... Falsch. Und ich hab Angst, dass mich hier was findet, was ich nicht finden soll. Also... Habt uns das nicht her. Also hier sind wir. Dann müssen wir doch jetzt hier herankommen. Der Blöde hier an. Ja, da ist irgendwo... Zwei! Keiner mehr. Ja, da steht irgendwas... Ach nee, das ist noch nicht... Weil... Das ist irgendwo in der Nähe. Ich hab Angst, dass wenn ich mich umdrehe... Da hinten ist es... Da hinten ist es... Hier ist er nicht... Wann der mich gesehen hat? Dass der da rauskam? Irgendwie scheint normal wie das stimmt. Da ist es! Jo! Ach du, das hätten wir doch sehen müssen. Und es kann auch sein, dass in dem Moment genau da gespawnt ist. Aufgetaucht ist, weißt du? Und es mir deshalb nicht... Rechtzeitig auffiel. Hier ist einfach Sabbat. So... Wirklich großen Bogen. Wenn's das Geräusch macht, hab ich immer Angst, dass es jetzt im Moment rauskommt. Da muss der Affe von hier drin gewesen sein. Der da rausgekommen ist. Soviel zum Thema, zum nächsten Speicherpunkt. Also auf schwer war's einfacher. Irgendwie schon, ne? So, jetzt bin ich geprägt. Wie komme ich hier? Ich passe Lüftungsschächte. Hier? Boah, da! Jetzt sind wir wieder hier. Ja. Wieso hat er den Spielstand nicht genommen? Keine Ahnung. Arschgeläge. Versteh ich jetzt aber echt nicht. Ich bin ja nicht zurück. Ne? Das war der letzte, den wir gemacht haben. Da haben wir doch gesagt, da waren wir letztes Mal. Ja. Den haben wir auch gemacht. Das ist nicht genug. Ja. Irgendwann habt ihr schon mal mitgekriegt, wie Merit es zum dritten Mal verkackt. Die jeder das Spiel eigentlich kennt. Eigentlich witzlos. Da steht der Blüdi dran. Was? Was? Ach, ich... Deshalb zeigte das so komisch, weil ich runter rum muss. Ah, weißt du was? Hier komme ich nicht weiter. Ach, verpüß dich doch bitte. Da hatten wir letztes Mal nicht schon die EMP-Mine? Mhm. Warum haben wir die jetzt nicht? Ich versteh's auch nicht. Wir haben doch eigentlich alles. Was? Du willst eigentlich gar nicht wissen, wo es ist. Ja. Ja. Du bist nicht. Du bist nicht. Hau ab. Oh oh. Ich geb dir Gefahr. Lauf doch weg, ey. Wenn das Viech aus dem Mund kommen, kann ich nirgends hin. Ah. Hallo. Oh. Der Affe, ne? Warte mal, wenn ich da durchgehe, muss ich dann einfach dem Weg folgen, ne? Mhm. Oh. Ja, halt doch, ja. Alles läuft da weg. Ich komm gar nicht an dem Affen vorbei. Außer ich geh links rum, aber... Ich glaub, ich steh wieder hier dann. Der hat mich im nächsten Raum dann erwischt, ne? Ab als ich hier durch die Treppe bin. Wahrscheinlich ist der zu hoch und deshalb hab ich das Sammelszeug nicht gesehen. Und jetzt Sammels nicht, oder? Nee. Das war eine Mama, warum noch mal nicht? Alter. So, erstmal basteln. Wo ist der... So. Wo ist der... Nervensäge? Steht da irgendwo. Kommst du aber runter? Nee. Wo steht der? Was? Tropft das? Alter. Ich steh schon längst drin. Kann ich nicht einfach hier gerade raus? Ach, hier ist so ein Scheiß. Wie wohl was das ist? Oh doch, hier kann ich die Ecke umgehen. Was schaffen wir das? Ne, mach ich jetzt nicht. Da hoch. Da ist irgendwas anderes, was hier so ein Geräusch macht. Guck mal. Hier waren wir noch gar nicht. Nö. Das war was zum Umkabeln. Oh, das ist das. Da war was zum Umkabeln. Wir müssen hier lang. Ups. Mal gucken, was sich machen lässt. Ich bin aus. Nein, das kann mich nicht spielen. Mach ich das weg, eh. Lautsprecher. Wo aktiviere ich denn die Luft rein? Oh, aus. Der Lautsprecher wird hinter uns aktiviert. Leuchtet aus. Versuchen wir mal, ob er da hingeht. Jetzt müsste er zum Lautsprecher, denn ein Stück neben uns ist hingegangen sein. Da ist die Tür zu, das gefällt mir nicht. Oh shit. Ach so. Ich muss links. Jetzt muss ich... Links, ne? Mama? Ne, rechts. Da... steht einer. Ich geb's einfach... Eiskalt hin. Und jetzt? Da war der Ous. Da war doch vorne noch nur einer, oder? Hm. Da sind einer. Boah, das ist so... Kann das ja Eldien nicht kommen und die wenigstens mal töten? Weil nur ein Gegner zu überwaffen ist definitiv einfacher. Irgendwie so viel tötet die Roboter nicht, kann das sein? Nein. Hat er mich gesehen? Glaub nicht. Wo bin ich denn jetzt hier? Der steht da hinten. Nein, jetzt sind wir kommen. Bitte kommen sie mit mir mit... Nein! Ich bin in der Falle. Warte. Jetzt ist er da rein wahrscheinlich. Hinter mir? Vor mir. Ach, das ist doch jetzt nicht... Ach ne, nicht drei. Ach, das ist doch nicht wahr. Vielleicht komm ich noch weg. Wenn ich nicht falsch laufe. Ich höre mich das Vieh jetzt nicht. Doch es faucht schon. Oh oh. Geradeaus. Gleich wenn's sabbert. Was? Sabbert? Nein. Gleich immer. Ich renne. Ich renne. Ich renne. Fick dich. Ich bin jetzt da. Oh, ich hatte ihn nicht gehört. Ja. Obwohl irgendwas hat rücksichtslos verschwunden. Oh Gott. Das ist nichts für schwache Nerven. Das ist nichts für schwache Nerven. Oh. Ja. Warum auch nicht? Aber ich weiß, dass irgendwo vorne ein Speicherpunkt ist. Und ich weiß, dass hier... Das sagt ganz verdächtig nach. Das ist über uns. Das ist nur über uns. Kommt auch hoffentlich... Nicht... Kommt direkt vorm Speicherpunkt runter. Fick dich. Es ist unten. Ne, es ist da vorne. Ich weiß, wo's ist. Nein, ich weiß nicht, wo's ist, aber... Und ich dann ernst, oder? Oh, oh. Ist weg. Aber es geht zumindest in eine andere Richtung. Aber das ist doch nicht da. Ist irgendwo da hinten. Ein Lüftungsschacht mit dir. Ein Lüftungsschacht mit dir. Buh. Oder wäre so assi. Aber es packt dich vorher. Kannst dich gar nicht umbrennen. Da links. Da, wo ich hin will. Läuft er denn jetzt draußen rum? Ja. Ne, ist wie bei uns. Ja. Ich muss doch einfach... genau... Da geradeaus. Jetzt geht's weg. Jetzt kann ich raus. Ja. Das sieht doch... Außer zweiter Input-Speicher. Und geil. Ist auch einer. Irgendwie weg. Das ist nicht gefallen, auch. Oder können... Überrascheln. Die Daumen... der im scalar und Kommunikation.